Hallo Hallöle, hier ist mal wieder die Cameo-Maus der Andreas und heute mal in einer eigenen Sache. Und zwar geht es darum, dass ihr jetzt unter meinen Tutorials immer einen Link oder zwei oder drei Links findet, je nachdem wie viele Dinge ich unten anmerke. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wurde ich darauf hingewiesen, dass es nett wäre, die Sachen, die ich verwende, auch einmal in den Kommentaren aufzuführen. Zum anderen sind diese Links Affiliate-Links. Das bedeutet, wenn ihr über diese Links etwas kauft, bekomme ich von Amazon etwas Provisionen. Und jetzt kommt aber etwas ganz Wichtiges. Die Sachen, die ich euch unten verlinke, sind Dinge, von denen ich überzeugt bin. Das ist nicht einfach so, kann ich Geld verdienen, sondern das sind Dinge, von denen ich überzeugt bin, die ich auch benutze. Und das Zweite ist, es hat keinerlei Nachteile für euch, weil die Provisionen wird von Amazon bezahlt. Das merkt ihr im Preis nicht, der ändert sich nicht, da kommt noch nichts an. Das bedeutet, wir haben eine Win-Win-Situation, wenn ihr über Amazon sowieso bestellen wollt und ihr geht über diesen Link und legt noch etwas anderes mit rein, dann bekomme ich eine Provision. Es tut euch nicht weh und es nützt mir. Und in der Zukunft kann ich die Tutorials dann noch ein bisschen besser machen. Ich will euch aber nicht mit den Links davon überzeugen, jetzt die Produkte zu kaufen. Jeder hat seine eigene Meinung und ich kann euch nur zeigen, was ich gut finde. Und dann müsst ihr selbst entscheiden. Ich hoffe und ich hoffe ganz stark auf euer Verständnis und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, eure Kamio Maus, der Andreas.